Guten Abend, willkommen zu Hallo Deutschland. Die Nachricht vom schrecklichen Unglück heute Morgen in Südfrankreich hat auch uns erschüttert. Der Busausflug... Vielen Dank, Susanne Freitag in Frankreich. Die Beziehung zu einem verheirateten Mann wurde Metap Eswohl zum Verhängnis. Ihr eigener Bruder soll sie deswegen verschleppt und umgebracht haben, mit zwei Schüssen ins Herz. Anschließend soll er sie in einem Kleingarten in Wiesbaden vergraben haben. Jetzt ist vor dem Kasseler Landgericht das Urteil gegen den Bruder gefallen. Jetzt im Herbst kommt es wieder verstärkt zu folgenschweren Unfällen auf rutschiger Fahrbahn. So wie am Abend auf der A3 in Bayern. Ein Sportwagenfahrer verliert dabei sein Leben und mehrere Menschen werden verletzt. Die Rettungskräfte hatten große Schwierigkeiten an die Unfallstelle zu kommen, weil die Autos, die im Stau dahinter standen, keine ausreichende Rettungsgasse gebildet haben. Eine der häufigsten Ursachen für Unfälle auf deutschen Autobahnen ist zu schnelles Fahren. Deshalb sind Sascha Bartels und Tobias Hallstein regelmäßig unterwegs, um die Raser aus dem Verkehr zu ziehen, die es einfach nicht lernen wollen. In ihrer Heimatstadt Preetz spricht man von einem Wunder. Fünf Jahre lang hing Carola Tim irgendwo zwischen Leben und Tod fest. Weit weg von allem, irgendwo um nirgendwo. Durch ein geplatztes Aneurysma im Kopf fiel die damals 35-Jährige in ein Wachkoma, als sie im fünften Monat schwanger war. Bis auf ihre Mutter glaubte keiner daran, dass Carola jemals wieder aufwachen würde. Aber das Wunder geschah. Toll, was für eine starke Frau. Das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte. Ja, starke Frauen, das sind auch Jean und Lisa. Die beiden helfen in ihrer Freizeit Flüchtlingsmüttern bei der Geburtsvorbereitung, bei Behördengängen und mit allem rund um das Neugeborene. Sie sagen, die Geburt ist im Leben einer Frau das größte Abenteuer. Und dabei sollte sie sich in Sicherheit fühlen. Ja, das krasse Gegenteil von dem, was Sie gerade gesehen haben, leben Bastian und seine Freundin Maria. Vor einem Jahr sind sie nach Los Angeles ausgewandert, leben dort in einer Villa mit zehn Zimmern. Bastian verdiente angeblich mit dem Verkauf eines Patents Millionen. Hollywoods neues Protzpaar hat teure Autos und einen Privatjet. Von Schulden, die er laut Medienberichten in Deutschland haben soll, ist hier nichts zu spüren. Wir haben das skurrile Pärchen in L.A. getroffen. Nun ja. Große Anwesen, nur nicht so protzig wie in Hollywood, gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern. Nur wenige dieser Anwesen wurden seit der Wende saniert. Und so gibt es hier noch viele hochherrschaftliche Ruinen, die auf neue Eigentümer warten. Und das sind nicht unbedingt Adlige, sondern vor allem Städter mit einem durchschnittlichen Einkommen und großen Plänen. So wie Knut und Christina. Die haben sich bereits ihren absoluten Wohntraum erfüllt. Mehr über Schlossherren ohne Geld und Adel sehen Sie morgen um 18.35 Uhr hier bei uns im ZDF. Zum Abschluss der Woche schaut unser Achim Winter ja immer nach den Themen, die uns am meisten beschäftigt haben. Heute ist er dafür nach Bremen gefahren. Achim, warum bist du ausgerechnet in Bremen? Wir sagen auch Tschüss. Für heute war es das von uns. Nächste Woche ist meine Kollegin Sandra Maria Gronewald wieder für Sie da. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit Leute heute. Karin Webb weiß, was Eros Ramazzotti gerade in Deutschland treibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.